Das Fazit ist, dass die Bahn in dieser Form nicht geeignet ist, die ihr gestellten Probleme zu lösen. Hier muss sich dringend etwas ändern. Personen wie Herr Pofalla als Infrastrukturvorstand haben bei diesem Projekt krass versagt. Man muss das so beim Namen nennen. Aber auch der Bund muss als deutlich Schuldiger benannt werden. Hier heißt das Gesicht Andreas Scheuer, der ehemalige Verkehrsminister, der achselzuckend eine Teuerung des Projekts um 4 Milliarden Euro hingenommen hat, der sich nicht gekümmert hat. Die Staatsregierung, die steht ja im Fokus eines Untersuchungsausschusses, ist entlastet. Insbesondere hat die Beweisaufnahme keinerlei Anhaltspunkt dafür ergeben, dass die Bundestagswahl das Verhalten der bayerischen Staatsregierung in Bezug auf dieses Projekt irgendwie beeinflusst hat. Das heißt aber nicht, dass der Ministerpräsident die Sache nicht noch hätte besser machen können. Ich hätte mir schon erhofft, dass er die Bahn, die über zwei Jahre lang keine belastbaren Aussagen zu Zeit und Kosten gegeben hat, stärker unter Druck setzt.